Es ist nicht aufwendiger die Maschine, so länger der Stand schickt. Und nehmlos geht diese 6,5 Kilogramm superleichte Maschine für die Größe, superleicht in die Luft. Auch er wird uns einen sogenannten Evo.5 Kilogramm geben. Das heißt, er wird die Maschine genau so wie das Original durch die Maschine zu transportieren. Kannst du mit der Socke, ich habe mal bei den Zuschauern noch ein bisschen angustisch gemacht. Okay, alles auf Abstellen eingestellt. Das ist der Fall, das natürlich wieder ein anlaufender Elektronik, die er hat. Und natürlich, das ist das hier, die Lenden der Pilosa. Wenn Schluss ist, es gibt Schluss. Und vielleicht komme ich euch noch mal zum Beispiel. Das ist der Wunderschöne, sowohl was wir an euch sind, als auch die Lenden der Pilosa. Superleichter, wie das Original zeigt uns der meiste Kasten. Und hier, diese Saar 2000, eine Entwicklung der schwedischen Firma Saaric, die nicht nur Autos herstellt, sondern vor allem Autos in dem der bekannten Flugzeugen sind. Das ist ein kurz- und mittelsprechend Zubringerflugzeug von kleineren Plätzen mit kurzen Stadtbahnen. Dafür sind eben diese Unverbrauchmaschinen ideal geeignet. Sie beschleunigen auf erstaunlich kurzer Strecke sehr schnell. Da reicht eine Geschwindigkeit im Original. Und das kann eben diese kurzen Strecken, zum Beispiel von zum Platz 4 nach Nürnberg oder nach Frankfurt, das sind so die gewissen Strecken für diese Maschinen, die sie in Konzesterzeichen der Sieg bringen. Und dafür einigermaßen die Geschäftsidee, also die Kasten der Präzis, die Siegner, die Siegner sind in einer Höhe von 17000 m pro und bei einer Reisegeschwindigkeit im Wochenende 900 km. Und während die Turvaprofs eben die passende Geschwindigkeit für einen Konzertruf haben, die großen Jets, kaum dass die gestartet werden, müssen sie sich schon wieder für die Landung vorbereiten. Das wäre ein unnötiger Sprichverbrauch. Hier sind die Turvaprofs einfach die richtige Lösung und sehen die ökonomische Bestenwahl. Das war jetzt absolute Vater-Agromanik, die uns der Maixer-Kopf wiedergeführt hat. Das war jetzt absolut die kassischen Urschuhe vorgeführt, damit unbezeichnet international ein Juni der Landebahn oder des Kupflandes. Hier bei der Modellziegerei ist es Gernsache eines ebenen Piloten, der einem Depoklug vorführt, dass dabei auch ein Obershoot stattfindet, so wie er jetzt reinkommt. Es könnte eine Ladung werden, so wie er auch der Flug ist. Die Ladfahrer sind jetzt schon einfach mal zu zeigen, wie gut modernisiert dieses Modell ist, welches exzellente Steigflugverhalten die Maschine hat. Und in 0,6 ist er auf der Höhe von 300 Metern, die bei uns hier, wo wir den Platz zum Platz sind. Das war leider deswegen, und weil wir zu nahe am Zugplatz nach Sons Aura und auch damit rechnen können, dass wir hier gesucht und am Antrag die Gernsache bekommen werden, wie das gestern auch bereits verfallen war. Deswegen müssen wir auch die Piloten darauf hinweisen, dass sie die Lundhöhe von 300 Metern nach Möglichkeit unbindig einhalten. Aber jetzt der Stuhl gerade in Achtzug zu seiner Landung, wobei sich der Pilot immer noch entscheiden kann, oder auch die Lundhöhe von 300 Metern nach Deutschland anziehen, wobei sich der Pilot immer noch nicht in die Region, wobei sich der Pilot immer noch nicht in die Region, wobei sich der Pilot noch nicht in die Region. So ist es gut, wir sind die Region, die Uhr hier in der Region, wobei sich der Pilot aktivieren. Bis zum nächsten Mal.